Dann hier so, 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 dann die Garcia bewundern, alles klar wie sie wohl, nochmal sinnlos Fallschaden holen, okay, dann hier so, dann hier so, dann hier so, dann dahin, äh, egal, okay. Dann brauchen wir noch mal Blöcke, dann nicht sterben, ich sag noch so, nicht sterben, dann hier so, 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 dann geht's hier hoch. Ich hab keine Blöcke mehr. so was muss sein weiter geht's dann sind sie einen pikmin du kannst du gerne mal schlagen so jetzt hier so lang dann hier so ist jemand wütend ist egal aber jetzt hier weiter dann hier so 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 ah nee dann fällt mir auf es wieder zurück alter du bist richtig jetzt vielleicht noch mal was essen jetzt vielleicht noch mal was essen ist ja kein rot ne ja ja ich hab nichts dick davon egal weiter geht's jetzt doch mal wieder skelette abc geht's denn internet egal guck mal's alter internet mhm ah wie das glatt echt wo also ich hab einen und vorsichtig dass der gotteskrieger was sind das was sind das gotteskrieger ja und hast du ein skelett kopf nö das ist jetzt blöd na ich wisch oh töt ihn 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 ja von keine ahnung gestern so dann sind wir hier wieder und verwecken perfekt tp mich mal aber tp mich nee warte 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 ich hätte eigentlich gern was zu essen geholt aber ok nicht ich hab noch 40 karotten die haben ja deine karottenkante abschieben ey die bringen dir nichts neuches haben wir trotzdem noch etwas dabei also ah hier geht's weiter pfff so und jetzt suchen wir wieder skelette und siehst du schon welche ja aber ich habe ein blitz gefunden macht mir angst wer macht der angst die festung aber ich habe eine kiste so und obsidian ein sattel zwei gold und ein feuerzeug noch eine kiste oh diamantdings noch ein sattel und gold und noch eine kiste diamant feuerzeug boah ist der mega gold alter wie viele kisten sind hier offenbar alter noch eine kiste ey wie viele kisten sind denn hier bitte oh noch eine kiste ich glaube es sind jetzt fünf kisten oder so hier geht es nicht weiter hier geht es nicht weiter ich weiß das ist bei dir gerade jungen beste internet der gerade richtig richtig hier ist das skelette aber richtig viele hole hier ist noch richtig ah da das skeletten diesmal habe ich nicht der falsche command hat was hat denn jetzt hier runter geschmissen sagt man das bescheuert hast du da hätte uns einen wieder kopf gehen können nein hat aber nicht das weißt du nicht hier man warum legt das so hart ich habe einen wieder aus glatt kopf echt was einen wieder das geld kommt ok ja für euch war das nur ein kleiner cut für mich nicht ich war nämlich gerade so wo waren wir stehen geblieben wir das glättköpfe wo bist du du hast einen ich tp mich mal zu dir ich nehme das vor来 das 17 man aber zu er wird das ja heute die vorletzte folge so hoffen muss also mal gucken aber logisch gesehen das hier mit strobe aus dass er das so im herzen weniger ja ich habe keinen anderen block zu bauen ich bin im meter ich habe keine kisten oder so hat er was getroppt schade Moin Alter, dich nenne ich Dich nenne ich Dieter Keine Ahnung, warum Aber du siehst Ja, also Wir nennen ihn Dieter Elias Willst du Dieter Hallo sagen? Moin Also du heißt jetzt Dieter Aua Keine Ahnung, warum Dieter Und ich weiß auch nicht, wie ich darauf jetzt komme, dem Namen zu geben Ist mir aber gerade so spontan eingefallen Das heißt, er heißt jetzt Dieter Alter, er legt es gerade bei mir Oh nein Kann ich die Dinger abbauen? Ja Dann tue ich dies mit Vergnügen Oh, Alter Oh, Alter Okay Nein, das kommt Stroh Ja gut, musst du halt ein bisschen springen Ein bisschen schaffst du nicht mal, aber egal Er hat zwei Blöcke Drei Ich glaube, das sind mehr als drei Weiß ich Warte, mach ich zu Nee, das sind bloß drei Also, du kannst schon Warte, ich probiere es Schaffst du Easy Und du nicht Doch, doch, ich hab's geschafft Nee, ich hab den Weg erweitert Also, falls du dich jetzt fragst Oh, ich sehe ein Witter Skelett Dann tötet ihn Oh, ich sehe mehrere Und andere Tötet er sie Oh, ich muss erst mal drauf gucken Nein, ich hab keinen Blöcke mehr Oh, der hat nichts gedroppt Ich will jetzt hier bitte nicht an Witterdienst verwecken Danke Wo ist denn jetzt der andere Kollege? Ah, hier Hi Der hat uns gedroppt Alter, was ist denn mit den Losaller? Die sind ja richtig geizig Da oben ist noch einer On guard Auf dem Dach Der hat ja gar nichts gedroppt Da bist du Oha Ich guck dir so zu einfach nur Ja, ist so Hm Ob das heute noch was wird? Hm Gute Frage Oh, Skelett Oh, ich bin tot Hm Also, du hast einen Kopf schon mal Ist ja immerhin schon mal was Jetzt fehlen uns nur noch zwei Wo ist denn eigentlich Dieter? Ich weiß ja nicht Ich weiß ja nicht Ich weiß ja nicht Aber wer Dieter ist Dieter ist Er ist Dieter Dieter ist ein Pigman Einer von Hier ist Dieter Ich schätze mal du heißt Dieter Alter, jetzt Jetzt warte mal Jetzt bin ich verwirrt Oh, hier ist ein Wilderskelett Er hat wieder nix gedroppt Alter, was hab ich denn für ein Glück? Oder das ein Na, ist noch einer Nein Blaze Hä? Wo ist der Wilderskelett Ist der gerade runtergefallen? Ah, nicht Ah, der hat ein Schwert getroffen Soll Mal hin, ist der Place jetzt weg Ah, da ist noch ein Äh, wieder Er hat wieder nix gedroppt Hä? Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie bitte was droppen? Keine Ahnung Ah, hier ist noch einer Er hat wieder nix gedroppt Hä? Ja, das ist echt selten, dass sie Köpfe droppen Magma Cube Oh, wie süß Hier ist dieser 2.0 Wo bist du eigentlich? Irgendwo in der Festung Ach, das ist gut, hier auch Meine Hand tut mega weh Rum Weiß ich nicht Meine Arsch tut hohe weh Ich hab Muskelkater Ich hab den Muskelkater am Arsch einfach Wegen Sport Kennst du natürlich gar nicht Nee, nee Mein Arsch tut kommt nicht weh Aber das geht jetzt nicht Alter, ich laufe schon zum zweiten Dritten Mal an derselben Stelle vorbei Ich weiß Ich bin Alter Ich hab Eichen ich auch schon mal Keine Ahnung War schon überall Da ist das Lava Nein Weißt du Ich teleportier mich So Das erste Anziehend ist das Skelett runterfallen Das hat Lava Alter Ich hab mir ein bisschen bescheuert Das ganze Spawn Willst du bescheuert Oder so Verschränkst du runter Ich bin gespawnt Direkt runtergefallen Stark Oh, da unten ist einer Oh Ich bin gespawnt Ich bin gespawnt Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018